moin leute willkommen zurück bei einer weiteren runde league of legends wenn man ein komisches matchup gegen gallio keine ahnung bisher noch nicht gegen ihn gespielt heißt heißt was ist die gute frage unsere kammer die die ganze zeit umgemault hat im chat weil sie mir nicht first picken wollte ist auf k sehr gut sieht wie ein rework wie ein remake aus mal gucken er mal noch ein bisschen schick und dann wollen wir mal auslegen ja ich weiß noch nicht was ich mit ihm gegen ihn dorans hatte gebaut und dem ersten mit machen das alles ganz relaxed dann viel spaß beim farm unterm turm immer ein verpasst und die gegnerische leblanc ist schon mal tot und die kammer ist da ok ok ordentlich gefahren ok hat man mal was mein schild ab war ein ganz ordentlicher trade fighten kann er mich nicht kein flash mehr weiß den kriegen wir auch noch jawohl so muss das so muss das so ich würde sagen das war ein double kill für mich läuft also schon mal ganz gut wir bauen erst mal ein phage und gehen dann weiter so er hat nur ein komisches ding gekriegt die leblanc ist halt einfach ich schlucke gern ich schlucke gern ist doch mal ein toller name so die wafer leider rein pressen oder range bin jetzt bleiben auf jeden fall stehen okay ja push aber leider 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 okay er ist weg okay die ziel blau afghani ist hier oben okay er verpasst halt alles verpasst nix aber das ist nicht schlimm wir können hier auf jeden fall mal ein wort setzen okay jetzt ist er level 6 jetzt muss man ein bisschen aufpassen das heißt er wird uns jetzt unterm ohrm und unter unterm ohrm und am torm holten können so die wafer raus jetzt die wafer resettet naja muss halt sein mann herausdrücken das ist ein vorteil für uns um zu last hitten ich war da eigentlich nur auf dem gang hier oben jetzt aber irgendwie passiert gerade nicht viel wenn er fürs kennen wenn den geht gehe ich rein ich war da eigentlich nur auf dem gang hier oben ja verpasst auf jeden fall ordentlich was ja Vielen Dank. Geh. Alter, du bist ein Depp. Also wenn du über den River gekommen wärst, wär's definitiv besser gewesen. Naja, die Wave pusht jetzt. Können wir auf jeden Fall reinpressern. Ach Leute, habt ihr's? Das hätt ihr so gedacht. So, ist eh kein Freeze. Das heißt, ich kann jetzt erstmal weggehen. Hab mein Black Cleaver fertig. Kann mir meine Boots kaufen. Kann mir noch einen Pink kaufen. Ist immer noch geworden, ne? Das weißt du. Kalista steht 5-3. Das ist schon mal gut. Wir sind im Farm-Head. Definitiv. Mehr als alle anderen irgendwas haben. Oh. Ah, ne. Alles gut. Wave pusht zu uns. Ja, gut. Das ist zu viel Damage. Das ist viel zu viel Damage gerade. Auf jeden Fall geht man merks. Ja, fuck. Scheiß. Blödes Zeug. Okay, aber immer noch hotpushen. Was, ne? Ja, mach. Oh, lol. Die Blaue ist oben. Na, komm. Hol dir den Tower. Hol dir den Shot. Hä? Das verstehe ich nicht. Das habe ich nicht verstanden. Aber egal. Ich habe die LeBlanc gerade nicht kapiert. Okay. Okay. Die Weibe wird noch hier sein. Oder auch nicht. Die Weibe war oben. Okay, wir haben Ultimate ab wieder ab. Der hat wahrscheinlich auch Ultimate wieder ab. Das heißt, wir pushen jetzt mal hart. Aha. Aha. Was ist das denn für eine LeBlanc, Alter? Verstehe ich nicht. Okay. Merks. Und, ähm. Auf jeden Fall HP. Ja, Kalista steht 7,3. Ich stehe 3,0. Ich habe definitiv den meisten Farm gerade im Spiel. Aber der Gallio ist stark. Also ohne Mist, der macht das ganz ordentlich. Aber gleich habe ich wieder... Eine Minute habe ich wieder Ignite Ready. Euer pusht hart. Wie ein Wahnsinniger. Er hält auf jeden Fall gut gegen. Er hat zwar noch nichts geholt damit, aber er hält gut gegen. Aber ich will den Turm. Wenn ich den Turm habe, easy. 13 Sekunden. Erst dann engage ich auf jeden Fall. Na, ich gehe dir wohl unter den Turm hinterher. Ja, das war bad. Also keine Ahnung, was sie sich dabei gedacht hat. Es ist ein Gallio. Es ist halt ein Gallio. Kein... Ich verstehe es nicht. Hä? Was geht denn bei dir ab? Können wir in eine Wave reingehen, oder? Ich sehe zwar gerade niemanden. Ich würde gerne einen Herald haben. Noch drei Minuten Zeit. Den möchte ich jetzt eigentlich gern haben. Macht die ganze Sache nämlich mal ein bisschen leichter. Ja, Kalista ist halt unten allein. Hä? Also sweepen die? Alter, Kammer. Du hättest aber jetzt... Ich hätte dich jetzt, glaube ich, ziemlich platt gemacht. Oben ist Miss. Okay, lol. Okay, lol. Hier oben. 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 ja lol weggeknallt du bastard der wave kann ich wieder rauf heilen schön er war geil jawohl die luchs die luchs macht es halt einfach alleine so locket das war ja lustig das würde ich sagen ist ein offener innen ich glaube die sind alle auf k gib mir was zu holen ach set gab dich und dieser kakturm und ein treten kommt ich gehe mal bisschen overstate jungs das war nicht so schlau was schon overstate na gut was sie jetzt machen ist ein bisschen baul sind es ist nicht so dass ich das nicht gut die luchs macht den clear jetzt haben wir es locket auf die zwei wir haben den drag alter das ist ja man stomp wieder hier ultra stomp connection problems ja ok träumen ist auch ziemlich getätet ja träumen ist auch ziemlich getätet die haben den ganzen spaß ohne uns mal gut ist egal wir machen das jetzt einfach so fertig lol bastard das war das erste spiel des heutigen tag ist mal gucken wie weit es noch geht wir sind es dann beim nächsten mal oder rein macht's gut und tschüß Untertitelung des ZDF für funk, 2017